moin zusammen willkommen zur zweiten runde zwei decks eine meinung mit fabian dem steam deck checker ich bin michael wir haben so ein paar punkte vorbereitet heute beziehungsweise wir hangeln uns durch verschiedene themenpunkte und guck mal keine ahnung da bin ich fast bild ich wusste nicht mehr wo hin lassen wir auch einfach mal drinnen würde ich fast sagen wir sind ja keine voll profis moderieren nicht die tagesschau für überholt überhöhtes geld also von daher passt das glaube ich ich sag dann übernehmen du gerne ja ich würde sagen das passt schon ich bin es noch mal euer fabian der steam deck checker schön zersauselt aus dem urlaub zurück auch vielleicht wieder die ein zwei all inclusive kilos drauf die muss ich mal wieder langsam ab trainieren aber das mache ich schon fleißig am steam deck ist zwar mehr nur finger akrobatik aber verbrennt im zweifel auch kalorien und wir haben heute eine menge themen mitgebracht und da wollen wir dann auch gleich mal loslegen weil sonst wird es ja eng weil wir haben ja keine zeit liebe freunde michael warst du eigentlich in urlaub jetzt mal letzten wochen oder hast du mal irgendwas gegönnt ich habe es drinnen nötig aber ich war nicht im urlaub ich habe jetzt wahrscheinlich für die zweite septemberhälfte werde ich mein steam deck das erste mal irgendwie mit in die berge nehmen oder so aber da muss ich jetzt langsam mal anfangen zu planen also habe ich noch nichts fixes aber du warst am strand ich war am strand und wenn du in die berge fährst dann spiel nicht allen wegen weil sonst fliegt das team der irgendwann vor wut in die schlucht das würde ich nicht machen ja ja ich war am strand ich war acht tage mallorca das team der war nicht am strand das war mir dann doch wegen sand verwehungen und cetera was mir dann doch zu gefährlich weil so das ein oder andere spaltmaß hat das ding ja doch ja verstehe ich und gerade sand ist sand und das das schafft ja immer also das deswegen dann auf dem display irgendwelche sand kratzer nee das also und weil man will ja auch man fährt ja nicht am strand um steam deck zu spielen ja es war eigentlich eine ganz lustige geschichte mit dem steam deck weil ich hatte mir im vorfeld nur auf per zufall habe ich auch redet gesehen wie sich halt einer beschwert hatte dass dieser offline modus nicht richtig funktioniert also spricht wenn ich den offline modus aktiviere und dann mache ich das gerät zum beispiel mal aus und starte es neu dann hat kein spiel im offline modus funktioniert was ja durchaus auch sinn macht sag ich mal in anführungsstrichen weil es die team will sicher gehen dass die spiele auch gekauft hast also eine quasi eine verifikation machen deiner legitt des legitimen besitzes oder wie man es nennen möchte das hat nintendo ein bisschen besser gelöst also bei nintendo kannst du durchaus ein bisschen länger offline bleiben ja ich glaube am pc habe ich den offline modus von steam schon mal öfter genutzt und da funktioniert eigentlich relativ reibungslos also zumindest als ich das vor ein paar jahren mal mal notgedrungen machen musste ich habe gehört es ist mehr oder weniger an back oder gewesen bin ich ja ein also ich habe dann ja auch clevererweise dann habe ich den offline modus ich habe noch einmal am flughafen vom einstiegen weil ich wollte eigentlich hauptsächlich das team deck bis zum flugzeug nutzen oder mal abends im hotel oder mittags in die sonne richtig geknallt hat sind wir auch mit den kindern noch mal vielleicht eine stunde aufs zimmer gegangen dann haben die vielleicht noch mal eine stunde fernsehen geguckt wir haben noch mal eine stunde auf dem sofa auf dem bett gelegen lesen und das team deck halt gespielt und ich habe halt am flughafen das den hotspot noch einmal angeschmissen vom handy online modus dann offline modus und dann lief es auch problem war dann wurde es erst richtig lustig mit dem teil dann kam pünktlich so am ersten tag von mal wo ich angekommen bin beta update für den offline modus raus das ist auch funktionieren soll mit neustart ja so hat dann eigentlich auch funktioniert hat mir warum was anderes in systemen zerschossen und zwar dann wollte ich mich ins hotel wlan einwählen und die machen zeit über so ein klassisches voucher system dass ich auf irgendwie dass ich erst eine webseite angezeigt bekomme vorgeschaltet wo ich dementsprechend ja meine zimmernummer eingeben muss und dann auch was bestätigen problem war der in-game browser der hatte viele elemente überdeckt ich konnte mich so nicht einwählen gut dachte ich gehst im desktop modus ist ja kein thema mit dem steam deck nur irgendwie mit dem beta update ging im desktop modus keinerlei eingabe mehr ich konnte kein keyboard aufrufen und ich konnte kein trackpad benutzen und dann versuchte ich mal irgendwie durch zu fummeln nur mit touch und wenn du vor allem auch aufs keyboard angewiesen bist ja ich habe versucht irgendwie mit copy und paste eine zimmernummer zusammen zu klicken aber spätestens dann bei der e mail adresse wurde schwierig gesagt dann habe ich es aufgegeben und dann kam ich aber auch nicht mehr in den offline modus richtig klar und lief auch kein spiel mehr dann habe ich gedacht okay dann damit du wenigstens das wlan anbinden kannst ist wieder auf die stabile version zurück habe dann über einen hotspot eu roaming haben wir jetzt dann keine gebühren mehr im ausland wenn ich das über ein handy mache ja dann wollte ich die stabile version runterladen und dann habe ich aber außer sie ohne nachzudenken während er am rödeln war weil die verbindung ein bisschen langsamer war während er in diesem start screen ist kennst du ja installation geupdatet habe ich das ding ausgemacht das war jetzt meine eigene dummheit da hatte ich das ding wieder eingeschaltet und dann war das problem das war also ist jetzt eine mutmaßung aber er hat dann gesagt so updates werden gesucht und er hatte wohl immer auf das hotel wlan also er war quasi schon so halb mit dem wlan verbunden aber halt noch nicht fürs internet ne ja und das hotel wlan kam alphabetisch vor mein hotspot und er hat immer versucht darüber irgendwas zu ziehen ging nicht also der rödelte sich eine halbe stunde dumm und dämlich dann hat er mir gesagt ja ich verbinde ich bitte mit dem internet kannst du okay klicken kommt ein kleines fenster und dann rödelte weiter mit installations update ich dachte schon ach du scheiße jetzt hast du hier so eine so so eine halb tote leiche im urlaub irgendwann habe ich das ding einfach zwei stunden wirklich angelassen dann kam auch wieder mal in den engen game mode dann konnte ich was machen und dann ging es aber die ersten drei tage mit steam der quali hölle hei hei okay das heißt diese bitte nicht ausschalten bildschirme sind kein spaß die es war ja gar nicht mal bitte nicht ausschalten also aber er hat dann versucht glaube ich das update einfach noch mal zu ziehen und hat sich dann halt nicht wieder mit meinem hotspot verbunden sondern das erste weder angegriffen wo aber halt nichts aus dem netz ziehen könnte und dann in dem moment den hotspot namen irgendwie auf dreimal a oder 111 zu ändern bringt ja nichts weil er muss ja erst auch verheiratet werden ja naja da ist halt da ist technische probleme mit ein bisschen doofheit von mir zusammen getroffen aber ja immerhin was hast du gezockt im spider-man bin ich noch hängen geblieben nice hast du schon durch also kurioserweise habe ich jetzt seit dem urlaub gar nicht mehr wirklich gezockt mit dem steam deck bei beruflich viel eingespannt und halt jetzt auch mal wieder ein bisschen was mit videos aufholen wollen und so weiter also eher mehr sag ich mal semi beruflich für youtube gespielt aber sonst so abends momentan gar nicht ja aber steht dieses wochenende wieder an weil ich merke ich brauche es wieder ja kann ich verstehen geht mir ähnlich vor allen dingen ich bin irgendwie jetzt nach dem urlaub gestresster als vorher irgendwie also die erholung ist nicht mehr gegeben ähm ganz kurz dein video hakt quasi mittlerweile mehr als dass es flüssig ist ähm ich weiß nicht ob du die auflösung noch unterstellen kannst oder so dass es vielleicht ähm ich weiß nicht ob dein upload gerade irgendwie limitiert ist nö eigentlich nicht drei tage später also Leute wir hatten gerade ein paar technische Schwierigkeiten ich hoffe das Video ruckelt jetzt nicht wenn es ruckelt dann ja wir haben gerade alles versucht äh an meiner Leitung liegt es nicht ich habe hier einen vollen Datendurchsatz Rechner neu gestartet manchmal weiß man es nicht selbst der Checker weiß nicht alles äh ansonsten wollte ich noch kurz sagen also wenn ich heute ein bisschen fertig aussehe ich bin halt ein bisschen erkältet ein bisschen verschnupft äh das seht mir ein bisschen nach deswegen auch so ja so ein leicht angestrengter Gesichtsausdruck aber ich wollte es jetzt auch nicht verschieben das ganze Thema hier ja wie gesagt der Urlaub der war in der Hinsicht mit dem Steam Deck nicht so prickelnd ähm hab dann ein bisschen Spider-Man gespielt und das war's dann auch also ich glaube ich habe meine 3-4 Stunden in der Woche geschafft und das war's ja aber das war's und so und Michael was hockst du momentan so auf dem Steam Deck ähm ich hangel mich ja gerade noch an den Top 10 Spielen aller Zeiten lang und mir geht es ja glaube ich ähm vielleicht ähnlich wie dir dass du hier quasi für deine YouTube Videos zockst ähm ich habe jetzt zuletzt Baldur Skate 2 gezockt und fange jetzt mit Bioshock an ähm zum Teil äh ja auf also großartige Spiele das Problem ist dass ich da ab und bei den meisten habe ich die Safe Games von früher nicht mehr oder habe sie halt auf einer komplett anderen Plattform gespielt Bioshock habe ich damals auf der Playstation 3 gespielt war eine Katastrophe technisch aber äh ja und da machst du nix ähm ne äh ansonsten habe ich immer noch vor mich in Wasteland vorzuarbeiten Wasteland 3 aber das ist halt auch so ein Ding so gefühlt wenn du nicht gerade drei Stunden Zeit hast brauchst du da gar nicht reingucken ähm aber das wäre so eins von den Dingern die mich halt immer wieder anlächeln und reizen und die Dauer installiert sind und ansonsten ja äh abseits vom Steam Deck ich arbeite mich immer noch durch Ocarina of Time habe da jetzt gerade den Waldtempel durch und ähm mal gucken wie es da weiter geht es ist auf jeden Fall krass wie das Spiel gealtert ist also meiner Meinung nach sehr sehr wühlevoll und ansonsten zocke ich mit ein paar Freunden gerade tatsächlich Fortnite ich habe eigentlich gedacht dass äh also ich hatte immer so leichte Vorurteile gegen das Spiel ähm aber mit den letzten Updates sind die Gameplay technisch echt solide also es macht echt Spaß und das Schöne daran ist dass es egal wie gut man ist ob man gewinnt oder nicht man hat auf dieser Map immer irgendwelche Quests zu erledigen und irgendwas zu tun das heißt es steht nicht nur der Sieg von so einer Runde im Vordergrund sondern du kannst halt auch noch so drei, vier andere Sachen mitnehmen ähm und auf dem Steam Deck läuft es tatsächlich auch ganz gut da habe ich es schon mit dem Microsoft äh xCloud Streamingdienst ausprobiert äh und da ich meine gut man muss bei solchen Sachen halt immer mit ein bisschen Leck rechnen und so weiter aber für das was es ist einfach mal reinspringen und eine Runde zocken oder so ist auf jeden Fall machbar von daher ja läuft ganz gut ja das mit den Safe Games ist auch echt eine interessante Geschichte also ich habe früher immer für ein PC wo es wo die Spiele noch nicht alle ihre Cloud Safe Games hatten gab es ein Tool das ist leider glaube ich nicht mehr wirklich weiterentwickelt worden kann man aber immer noch nutzen das ist der sogenannte Game Safe Manager der hat dann die ganzen Games auf der Festplatte erkannt und dann die immer schön in eine Dropbox oder so geschoben die die Safe Games also das ist ein schönes Tool gewesen ich habe mich nämlich auch vor vor einem Monat oder so habe ich mich auch echt geärgert ähm ich hatte mal wieder richtig Bock auf ein Rewon mit Fallout 3 auf dem Steam Deck mhm und hatte dann wirklich schon wieder so 30 40 Stunden durch dann wollte ich aber ähm und Leute das kommt noch das kommt noch ich bin dran aber ich habe dann die Lust verloren ähm ich wollte nämlich dann mal ähm was vorbereiten für ein Mod Manager Video ja es gibt auch einen Mod Manager für Bethesda Games für auf Linux Basis läuft aber am besten halt wenn die Spiele auf der SSD sind also habe ich gedacht okay Fallout 3 kopiere ich mal rüber auf die ähm SSD weil ich hatte zwar nur auf SD Karte ähm er hat mir die Safe Games aber nicht mitgenommen und ja und dann habe ich irgendwie die SD Karte schon platt gemacht und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr in dem Moment man kennt diesen frustrierten Moment wenn irgendwie die Safe Games kaputt sind oder weg sind ähm dann verliert man erstmal die Lust an dem Spiel das kommt zum Frustrationsmoment und dann hatte ich auch momentan irgendwie keinen Bock auf dieses Videothema deswegen habe ich das jetzt erstmal wieder ein Weilchen liegen lassen ähm ja bei modernen Spielen finde ich es unentschuldbar mittlerweile wenn die keine Online-Safe Games drin haben und es gibt ja immer noch welche die das irgendwie nicht standardmäßig machen aber weil ich meine bei alten ja oder früher gab es ja auch immer noch Spiele also ich glaube das gibt es Gott sei Dank nicht mehr so aber dann hieß es ja ab Patch sowieso sind die Spielstände nicht mehr kompatibel und solche Geschichten oh ja da würde ich heutzutage fluchen Stell dir mal vor hast du irgendwie 100 Stunden in Elden Ring und dann kommt ein Patch und dein Safe Game funktioniert nicht mehr boah es gab ja glaube ich es gab am Anfang ein paar Game Breaking Bugs die dazu geführt haben dass dein Safe Game korrupt war oder so und es gibt online ähm ich weiß nicht ob du das äh mitgekriegt hast es gibt in dieser ganzen Souls Community Leute die in dein Spiel reinkommen können ja ja und dann ja dein dein Online Stand korrumpieren sodass du quasi gebannt wirst so finde ich auch eine Katastrophe dass die da nicht besser abgesichert sind aber Thema für sich glaube ich ja Elm Ring übrigens äh habe ich nächste Woche ähm ein Video für geplant ich habe einen kleinen ich werfe mich gegen Malenia äh ich komm ich stehe auf der Stelle bei dem Spiel ich muss endlich mal weiterkommen und äh mal gucken wie lange das dauert bis ich da dran vorbei bin ähm kleiner Tipp nimm die Monsterkrabbe aus Skyrim zur Versterbung ja die könnte mich auf jeden Fall das ähm ja der war war göstlicher Outtake ich habe Tränen gelacht war super ey ja nicht mein stärkster Moment ja es war göttlich es war echt göttlich also äh kann man nicht anders sagen ähm ja das ist äh das ist so eine Sache mit den ganzen Safe Games genau ähm ich würde mal sagen wir gucken mal schon mal so ein bisschen durch die Fragen hier na klar ähm wir haben in unserem Discord äh einmal eine Fragerunde eröffnet und gefragt was interessiert euch denn so am Steam Deck oder was wollt ihr von uns wissen was interessiert euch zu den YouTube Kanälen oder ja allgemein Fragen die wir mitnehmen können und wir haben ein bisschen gesammelt und es sind tatsächlich ein paar zusammengekommen ja also Leute auch immer gerne auf dem Discord reinschauen Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung wird es auch für das nächste Video geben wieder so eine Fragerunde genau willst du mit der ersten anfangen oder soll ich? ja ich fange ruhig an fangen wir von unten an hier Jet Set Radio ist es möglich Shader Precatches für Spiele aus anderen Launchern runter zu landen damit ich so ruckeln am Anfang ich würde mal pauschal sagen nein ähm ja es könnte es könnte durchaus mal irgendwann jemanden auf die Idee kommen sag ich mal also das ist das mit dem Shader Precatches wird nach mein Verständnis quasi so laufen die haben da eine Bataillon an ähm sag ich mal Steam Decks oder Steam Deck Boards und so wo sie die Spiele halt drauf vorkompilieren ähm und da kommst du halt so nicht dran weil du halt keine Steam Anbindung mit einem Steam Fremden Spiel hast es könnte natürlich da müsste man jetzt schauen aber dann musst du auch schon wieder in die Spiele Dateien reingehen weil die die Precatches werden ja auch abgelegt so man könnte die natürlich jetzt nehmen irgendwo zippen ablegen auf dem keine Ahnung irgendein Portal dafür und dann könnte sich jemand runterladen ähm aber wer macht das? weil die Leute die darauf angewiesen sind sag ich mal die haben es dann eben also ich sag mal gerade beim Steam Deck die Prozentzahl der Leute die wiederum viele nicht Steam Spiele spielen ist dann glaube ich doch wieder zu gering dass sich das lohnen würde der Aufwand ja vielleicht also es gibt ja immer wieder fuchsige Communities so die äh sich in alle möglichen Sachen rein arbeiten und bei der Switch gibt es das tatsächlich glaube ich schon also da muss ja glaube ich auch wenn du Spiele emulierst müssen die ja auch pre-cashen und ähm da gibt es soweit ich weiß mittlerweile irgendwelche Seiten in denen man sich die vorkompiliert für seine Hardware besorgen kann das Problem ist an der Sache dass es zumindest bei der Switch einfach illegal ist weil die diese Sachen ähm mit der Original Hardware irgendwie so zusammenhängen dass es nicht als Sicherheitskopier oder sowas zählt weil du dann halt die Sachen teilst ähnlich wie du ROMs weiter verbreitest beim Steam Deck bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher wie das legal aussehen würde Steam selber macht es ja aber die haben sich wahrscheinlich auch einfach entsprechend abgesichert ja und vor allen Dingen man muss ja wieder bedenken klar die Switch hat auch schon ihre paar tausend Spiele zusammen aber es sind immer noch ein paar tausende nur ähm beim PC sind es nochmal kann es nochmal ein paar Nullen dran hängen gefühlt ja das kommt noch im Top ne und dann weißt du auch nicht ob äh sag ich mal die Versionen und welche keine Ahnung internen Spieleversionen bei jedem Launcher identisch wären zu der Steam Version sodass es da keine Kompatibilitätsprobleme gibt also ich würde die Frage jetzt erstmal mit sagen keine Ahnung nein vielleicht wahrscheinlich nicht eventuell wäre möglich ja genau gut äh die nächste Frage Gimpy ähm ja das äh ja ich hatte mal ein Deck im Urlaub das Thema hatten wir und äh Gimpy hatte auch so schöne Bilder aus dem äh Urlaub gepostet im Discord und das muss ich sagen das war lustig äh weil er hat dann auch erstmal Bilder gezeigt von Hotelsafe ja das war mir auch wichtig dass das Steam Deck in den Hotelsafe passt ähm ist nicht selbstverständlich weil manchmal hat man doch relativ kleine und nicht so tiefe äh Saves also das hat eigentlich sowas gepasst genau und sonst wegen Reiseschäden immer schön im Köfferchen also ich hab mir sogar gar nicht meine TomToc Tasche mitgenommen ähm wirklich schön das Original Case weil da war das Ding einfach am besten geschützt gegen Stürze die nächste Frage kommt von Silvbert äh aufgrund meines aktuellen Problems mit dem L1 Button hätte ich eine Frage die mir direkt einfällt gibt es Modding Möglichkeiten für das Steam Deck mir geht es da um die Wertigkeit der einzelnen Tasten ähm überspring den Rest gerade mal ist nicht so der Mega Fan vom Modden aber wenn man die Tasten vom Steam Deck verbessern könnte wäre das super vor allem die Steam Buttons und die Schnelleinstellungsbuttons sind auch sehr gewöhnungsbedürftig äh soweit ich weiß geht es momentan noch nicht ähm allerdings wird das ja immer mehr Mainstream gerade also ich kann mich an eine Zeit erinnern wo man quasi nur für irgendwelche Arcade Sticks ähm so Sanva Buttons und sowas nachbestellen konnte und DigiPads für irgendwelche alten Controller ähm jetzt wurde gerade ja der ähm neue Playstation Controller angekündigt der zum Beispiel auch direkt austauschbare Analog Sticks haben wird ähm um genau sowas wie diesem Analog Drift entgegenzuwirken ich könnte mir vorstellen dass sich da auch so findige Leute mit einem 3D Drucker oder äh so Leute die sich quasi an das Business von Valve dranhängen wollen mit Zubehör finden werden die andere Buttons oder andere Analog Sticks zur Verfügung stellen werden ähm soweit ich weiß soweit ich weiß ist gerade so das einzige was zum Modden verfügbar ist der ähm Lüfter den kann man meines Wissens nach kaufen und austauschen äh für mehr Buttons da gibt es noch andere Analog Sticks andere Analog Sticks gibt es ja auch schon ja ja also das meinte er ja da auch diese Upgrade Sticks ähm habe ich mich aber ehrlich gesagt auch noch nicht näher mit beschäftigt ähm also wo ich auf jeden Fall äh äh zu haben wäre während für den Steam und Schnelleinstellungsbutton auch ein, zwei Millimeter höhere weil die sind mir einfach echt zu flach das Digipad bei mir ich würde gerne das Digipad minimal nachbauen die Diagonalen sind halt doch äh nicht immer perfekt und ich spiele zu gerne Jump'n'Runs und Plattformer und sowas ähm und irgendwann kommt Street Fighter 6 raus da habe ich auch Bock drauf äh das wird mit dem Digipad auf jeden Fall schwierig ja das Digipad ist auch bei mir der einzige Button das ist mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen oder einer der einzigsten Komponenten der schon Abnutzungserscheinungen zeigt ah was ja also ich weiß nicht ob da ob mir da mal was drauf gekommen ist oder so da ist doch schon da sind schon ein paar schöne Kratzer drauf ah ja stimmt das ist auch glossy ne das ist eine der ganz wenigen Sachen die am Steam Deck genau so ein Klavierlack drauf haben ich meine wahrscheinlich sind auch schon Kratzer auf den X, A und Y und B Button aber die siehst du halt nicht so aber bei den Digipads siehst du sofort also glossy ist sowieso der ja bin ich sowieso kein Fan von ne also Klavierlack wie man es ja auch gerne nennt also alles was so glossy und so ist ah gehört verboten ja egal ob äh beim Display oder Fernseher mit einem glossy Rand das ist mein persönlicher Albtraum ja aber Touren im Auto glossy oh ja boah fürchterlich Fingerabdrücke siehst du überall ein das ist ein Fest für die Kollegen von der Spurenverhandlung nach dem Motto auf jeden Fall ich bin sehr dankbar dafür dass ähm wir seit der Playstation 3 wieder in eine Richtung gehen in der das nicht der Standard ist bei Konsolen und bei Hardware ja damals war das echt nicht also es war du musst es quasi drauf zahlen wenn du einen Fernseher haben wolltest der keinen glossy Rand hat und sowas wie die Playstation 3 ich hab die noch von der Zeit original die sieht aus wie als hätte sich da eine Katze dran verewigt oder sowas also das sind ja jeder kleinste Kratzer auf dem auf dem Gerät ist zu sehen ja also ich bin da auch froh ich hab erst ein zwei Monate bevor ich das Steam Deck bekommen hatte auch mir eine Xbox One geholt gehabt die hat ja auch eine etwas rauere Oberfläche äh beste Entscheidung ever ja Hochglanz und so kannst nichts mit anfangen ehrlich nicht ja das ist Series S ne die weiße die kleine ja die Xbox Series S heißt du ne S genau ja nice ah stimmt die hast du dann auch benutzt für dein Streaming Video wo du ja so großzügig den Übersetzer gemacht hast ja immer gerne wann kommt das nächste ja muss ein passendes Thema gefunden werden ja stimmt ja ähm so jetzt hatte ich zwei Fragen jetzt würde ich sagen die nächste Frage nimmst du auch nochmal mit kann ich machen ähm es wurde schon etwas in der ersten Runde ach das ist die Frage von äh tbv reggaefox ähm wurde schon etwas in der ersten Runde zu Wort gebracht aber falls man da schon was in Erfahrung bringen kann bezüglich der Zukunft der Spiele und Softwareentwicklung für Linux Systeme ob sich da schon ein bisschen was tut ähm da das Steam Deck es jetzt quasi mehr kommerziell macht und auch endbenutzer freundlicher eventuell erkennen die Entwickler ja dass man durchaus nicht mehr streng fixiert für Windows beziehungsweise DirectX programmieren muss und gegebenenfalls auch mehr zu Vulkan hin arbeitet oder direkt schaut wie man ein Spiel möglichst proton kompatibel macht ja ähm willst du ja also ich hatte jetzt mal ähm vor ein paar Wochen zwei Entwickler angeschrieben zwei deutsche Entwickler einmal Deck 13 und ähm einmal Piranha Bytes mhm ne nicht Piranha Bytes er war anders Blue Byte? ne ich komm jetzt nicht drauf Piranha Bytes habe ich erst die Tage angeschrieben ja auf jeden Fall hatte ich die mal angeschrieben wegen Interview zu Deck 3 äh zu Steam Deck da hat sich natürlich Deck 13 angeboten okay Flachwitz ähm ja und ähm da kam jetzt als Antwort bisher nur von Deck 13 was zurück aber das ist auch ganz interessant äh die haben gesagt ja cool dass du an uns denkst und so aber du wir haben von Steam Deck gar keine Ahnung haben wir uns auch gar nicht mit beschäftigt ähm ist natürlich jetzt auch nicht a das größte Studio und jetzt auch nicht repräsentativ für die Branche aber ich glaube man muss ja auch mal wieder bedenken wir haben sehr lange Vorlaufzeiten oftmals in der Steam äh in der Spielentwicklung ähm ähm sag ich mal jetzt nicht unbedingt auf Indie Titel bezogen aber auf Triple A Titel und die müssen dann natürlich vielleicht zum Ende hin können sie es jetzt teilweise noch einplanen das Steam Deck mit reinzuziehen siehe Spider-Man zum Beispiel die haben es eigentlich gut gemacht auch die letzten Patches waren sehr viel extra für Steam Deck Geschichten dabei und ich glaube das muss jetzt so ein bisschen kommen weil ähm es ist halt ein das Steam Deck ist keine Nintendo Switch damals wussten die Entwickler wo sie die ersten Dev-Kits zum Beispiel gerichtet haben von Nintendo ja okay äh schlimmer als eine Wii U kann es nicht werden von Marktdurchdringung her wir probieren es natürlich erstmal wir müssen dafür entwickeln beim Steam Deck werden sie nicht extra drauf geschossen haben weil sie gesagt haben ja okay wir sind eh es ist eh ein PC-Spiel entweder läuft es erstmal oder nicht jetzt grob gesagt und ich glaube jetzt wo sie sehen dass das Steam Deck ein bisschen Erfolg hat oder ein bisschen mehr Erfolg je nachdem wie es jetzt wirklich letzten Endes ist denke ich mal werden die da auch ein bisschen mehr in die Richtung schauen dass äh da Optimierungen voran äh stattfinden definitiv oder wie siehst du das? ähm ja würde ich würde ich unterschreiben also was mir dazu noch einfällt ist das so die ähm Kritik oder die 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 viele Entwicklerstudios scheinen gerade so ein paar Probleme mit DirectX 12 zu haben so gerade was am PC das äh äh die Shader Arbeit angeht und so es gibt bei vielen Spielen Final Fantasy 7 oder sowas Shader Ruckler weil man mit DirectX 12 deutlich anders in der Entwicklung vorgehen muss als mit DirectX 11 da wurde einem das alles abgenommen jetzt muss man das alles selber steuern und viele sind da nicht drauf eingestellt und gefühlt wird Vulkan immer attraktiver als Alternative zu DirectX 12 und sobald du ähm ähm Vulkan unterstützt hast du quasi schon mal ein Leistungsplus an Deck und hast ein äh die Kompatibilität soweit ich informiert bin ist halt mehr gegeben als wenn du mit dem DirectX 12 Spiel arbeitest oder zum Teil halt noch ein extra layer irgendwie dazwischen geschaltet werden und muss Proton glaube ich mehr machen und muss mehr eingestellt werden ähm und ich meine so Entwicklerstudios wie ähm id Software die setzen ja seit jeher auf OpenGL und dann später Vulkan ähm ich hoffe dass jetzt ich bin mir gerade nicht sicher ob sowas wie die Unreal Engine 5 die jetzt ja so ganz langsam in die Startlöcher kommt eine native Vulkan Unterstützung mit drin hat aber ich weiß zumindest dass Unity die hat äh das wäre die andere große Spiel Engine mit der so Indie Spiele und auch zum Teil größere Double A Spiele und Triple A Spiele mitgebaut werden da ist die Unterstützung auf jeden Fall da und damit ist mehr oder weniger auch die Steam Deck Unterstützung schon fast gegeben und den Rest macht momentan ja noch Valve wenn die selber Hand anlegen und per Proton nachsteuern aber so ich glaube native Linux Version darauf müssen wir noch eine ganze Weile warten bis das bei größeren Studios gang und gäbe wird ja ich habe gerade mal nebenbei ein bisschen gegoogelt also ich jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen ähm ja die Unreal Engine 5 kommt mit vielen Verbesserungen für Vulkan ähm also von daher sieht das auch schon mal sehr sehr gut aus und ja äh wurde auch eben id Software erwähnt hattest ähm da war ich jetzt auch erstaunt weil das hatte mir vor ein paar Wochen mal ähm äh äh Zuschauer in den Kommentaren geschrieben ey guck dir doch mal bitte Doom Eternal oder so an mhm das läuft wie Hulle auf dem Steam Deck und ich habe es mir jetzt vorgestern mal im Sale geholt und hab gedacht komm da würdest du eh mal anzocken und ich werde da noch ein Video zu machen aber das läuft echt Bombe für die Grafikleistung auf dem Steam Deck ist auch ein fantastisches Spiel ja also es ist natürlich hören aus und gibt Gas aber ähm das muss auch mal sein keine Frage also wenn die mehr auf Vulkan setzen und ich glaube da geht der Trend hin dann wird das richtig richtig Spaß machen ja bei Doom Eternal muss ich den DLC noch spielen ähm wie Old Gods? ne wie keine Ahnung irgendwas mit Gods äh hab ich schiebe ich schon eine ganze Weile vor mir her und jetzt wo der Bethesda Launcher endlich zu Steam rüber migriert habe hab ich auch endlich eine native Steam Version ähm vielleicht wird's jetzt langsam mal Zeit ja so ich muss mal kurz Cut machen weil das Fenster ist hier offen na klar und das ist so laut was da gerade draußen abgeht das irritiert mich nämlich immer so willkommen zurück müssen wir auf jeden Fall Cutten muss keiner den fetten Arsch in der Kamera sehen so alles ausgebürt okay ähm so willst du die nächste Frage machen? was? liest du die nächste Frage vor? ja also von Dark Magician Magician äh äh die Frage ist was haltet ihr von AOKZOE sag ich jetzt einfach mal A1 Aiden, Loki, Max und Aya Neo Flip oder Aya Neo 2 sie werden ja jetzt wohl bald verfügbar sein und eine mit 3,7 Teraflops statt 1,6 Teraflops sie bei dem Steam Deck mehr als die doppelte Leistung oder Leistung des Steam Decks besitzen wenn man SteamOS auf diesen Geräten installiert hat man dann ein Steam Deck 2 oder Pro ähm dann der AMD Wizen ich lasse die Bezeichnung jetzt mal weg, mit der Radeon 680M, ist ein Traum von der Grafikleistung. Selbst über ein Mini-Gaming-PC könnte man nachdenken. Problem wäre auf jeden Fall die Akkulaufzeit, volle Leistung 28 Jahre, guck mal. Wäre dann, warte mal, im Prinzip könnte Valve ein Modell mit der 6800er Uhr anbieten, welches dann mit Strom über volle Power verfügt und im mobilen Betrieb waren, wenn man die volle Leistung will, aber auf eigenes Risiko verwenden will. Wäre dann wie ein Boost über Docking und Stromkabel. Ja, ist eine sehr gehaltvolle Frage, sage ich mal so. Also ich finde immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich sage mal auch so, desto mehr von diesen Mobilschips nachgefragt werden, produziert werden, werden sehr langfristig für alle Beteiligten, die solche Chips verwenden wollen, auch billiger. Ja, mit der Leistung ist so eine Sache. Das ist aber die Mehrleistung, macht für mich nur mehr Sinn, wenn du das Ding wirklich viel am Fernseher betreiben willst. Weil eine Full-HD-Auflösung auf dem kleinen Display braucht kein Mensch. Das ist meine Meinung. Es gibt viele, die feiern es, aber das bestes Beispiel ist immer auf dem Smartphone. Ich habe ein Smartphone mit 4K-Auflösung. Ich habe es aber runterreduziert, die Auflösung auf noch etwas unter Full-HD, weil ich brauche es nicht. Sonst gehe ich da nicht ran, dass ich die Pixel zähle. Das schluckt nur unnötig Strom. Ich sehe es eh nicht mit dem menschlichen Auge. Und das mit der Akkulaufzeit. Also, ich sage es mal so. Es ist ja schön und gut, wenn ich es dann im Docking-Modus mehr Power habe. Aber da muss natürlich trotzdem A, die Kühlung gewährleistet sein. Das heißt, entweder muss ich über den Dock zum Beispiel nochmal eine zusätzliche Kühlung haben, wie bei einer Switch. Oder es muss schon von vornherein mit einem anderen Lüfter verbaut sein. Und, und, und. Also, ich sage es mal so. Ja, man hätte vielleicht mit den anderen Geräten eine Art Steam Deck 2 oder Pro. Wenn sie das mit SteamOS machen oder ausliefern oder man es drauf installiert. Aber es ist die Frage, brauche ich das bei dem kleinen Display? Man kann jetzt natürlich mal überlegen. In Spielen, weil, also die meisten Triple-A-Spiele laufen zufriedenstellend auf dem Steam Deck. Muss man ganz ehrlich sagen. Ist meine Meinung. Gut, es gibt immer noch Leute, die wollen auf dem kleinen Display auch ihre 60 Hertz, 60 Frames haben. Aber ich glaube, die meisten Zuschauer würden, oder auch Michael wird bestätigen, 40 Hertz, 40 Frames ist super auf so einer kleinen Kiste. Ja. Und, ähm, ich brauche es nicht so viel Leistung momentan. Klar, in zwei, drei Jahren, wenn dann wirklich wieder die Spiele generationstechnisch ein bisschen weiter sind, mehr leistungsfähiger sind, dann macht es vielleicht Sinn. Aber für alle aktuellen Spiele sehe ich nicht unbedingt den zwingenden Bedarf dieser Leistungsfähigkeit. Und dann muss man wieder schauen, was macht die Akkulaufzeit. Ja, ähm, für mich ist, also ich gebe dir recht, also, ähm, auf der einen Seite ist mehr Leistung natürlich immer mehr Leistung. Das heißt, ist nie weg und, äh, je nachdem, welche Art, äh, Zocker man ist, ist die einem das vielleicht wert. Auf der anderen Seite aber, genau, es geht einher mit einem stärkeren Akku, der, das ist dann wieder irgendwie ein Problem, wenn du nur eine Stunde zocken kannst oder so, ist das wirklich wert. Und für mich persönlich, ähm, ich habe mir die jetzt nicht alle im Einzelnen angeguckt, ähm, finde aber, dass die, die ich da in Bildern gesehen habe, ich weiß nicht, ob das der Loki Max war oder der Neo Flip, ich weiß nicht mehr genau, welches, welches von den Dingern das war. Ähm, ich finde, die haben auf jeden Fall von den Bildern her schon eine schlechtere Benutzeroberfläche, was die, die Sticks-Positionierung und die ganzen Sachen angeht. Ähm, dann, ich habe es bei mir im Review erwähnt, so, ich finde mit dem, seitdem ich die beiden Sticks oben habe, wie bei der Wii U oder jetzt halt auch beim Steam Deck, will ich die bei solchen Geräten eigentlich auch oben haben, weil es halt so viel angenehmer ist zu halten, als bei der, also wenn ich den Daumen immer nach unten drehen muss quasi und mir damit quasi den, den, mit, mit sieben Meilen Stiefeln auf die Arthritis zu laufe oder so. Ähm, das alleine ist, ist eine Sache, die ich bei den Geräten bisher noch nicht gesehen habe, dass sie so weit sind, wie Valve da ist. Ähm, auch die beiden Touchpads sind einfach elementar beim Steam Deck für mich mittlerweile. Also ich nutze die, ich glaube, ich nutze das rechte Touchpad mehr als den rechten Analogstick mittlerweile, was Kameraführung und so angeht. Ich finde es halt sehr intuitiv und würde das eigentlich nicht missen wollen. Wenn ich, äh, diese Geräte sehe und das ist nicht dabei, dann wäre das für mich keine vollwertige Alternative. Aber wahrscheinlich kosten sie mindestens doppelt so viel. Ähm, weil halt bessere Hardware und so weiter. Ja, ist, ist eine Geschmacksfrage. Für mich persönlich sind sie es erstmal, glaube ich, nicht. Ich würde, glaube ich, warten auf ein Steam Deck 2, wenn ich mit der Power hier nicht zufrieden bin. Oder darauf, dass, also wir haben ja auch schon bei VR-Headsets gesehen, dass Valve gerne mal mit einem Dritthersteller zusammenarbeitet und die Software technisch unterstützt. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die das mit dem Steam Deck machen, einfach um den Markt zu vergrößern. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich meine sogar, dass die auf die Aya Neo-Hersteller schon zugegangen sind, was das... DPD, auf jeden Fall. Ah, okay, ja gut. Kann auch die gewesen sein. Ja, also bleibt spannend, wie sich der Markt da entwickelt. Ja, also ich muss erstmal sagen, von der Haptik her sind die ja teilweise eher auch wieder so auf Switch-Größe und so weiter. Finde ich nicht so... Und ein Feature, das haben die, glaube ich, auch nicht, ist aber halt, ähm, halt diese, ähm, sag schnell... Ah, ich zähl mir das Wort, ähm, die Kapazitive, ähm, von den Analog-Sticks. Ach, du meinst, wenn du die anpackst, wenn du die anpackst, dass die direkt merken, dass du den Daumen drauf hast und so... Genau, das ist ein cooles Feature, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das auch eine coole Geschichte. Und was man auch nicht vergessen darf, finde ich persönlich, wir haben hier mit Steam einen etablierten, großen Hersteller, ne, sag ich jetzt mal. So, wenn es um Support geht, kommst du hier in Deutschland noch relativ gut mit denen klar, ne, einschicken, Ersatzteile, so. Wir reden hier in der Regel von asiatischen Herstellern, die hier keine Niederlassung oder sowas haben. Du importierst hier das Ding und wenn was kaputt geht, dann kannst du da erstmal wieder über die halbe Welt hin- und herschicken und hoffen, dass das alles klappt. Und das ist auch mal so ein Punkt, wo ich sage, bei einem Gebrauchsgegenstand, den ich viel benutze, da muss ich auch eine gewisse Möglichkeit haben, das Ding reparieren zu lassen, einzuschicken und, und, und. Ich habe es damals mit meinem GPD gehabt, da war mir mal ein, der war mir runtergefallen und ein, ähm, Trigger ist mir kaputt gegangen. So, Gott sei Dank ging das relativ einfach über den deutschen Händler hier, der hat, der hat gesagt, ja, ich habe hier so viele kaputte Dinger von denen liegen, klar, ich kann dir mal eben für einen Fünfer einen Trigger ausbauen und drüber schicken. Ist auch nicht selbstverständlich. Nee. Also, deswegen, da setze ich gerne auf etablierte Hersteller, was Technik angeht, bin ich ganz ehrlich. Ja, guter Punkt. So. Ach, stimmt, eine Sache wollte ich dazu noch sagen, ha, äh, denn ich hatte gerade zufällig, bevor wir losgelegt haben, ähm, was zu einem anderen Gerät gelesen, was, ah, vielleicht ganz grob in dieselbe, in dieselbe Nische fällt. Und zwar, hast du schon mal was vom Evercade gehört? Ja, ja, lang ist her. Und da ist jetzt gerade ein neues Gerät angekündigt, ähm, so ganz kurz zur Info, ein Evercade ist quasi ein Ding, was sich speziell, also ein Handheld oder eine Konsole, die sich speziell auf, äh, Emulationen gerichtet hat und auf Cartridges. Das heißt, für das Ding kannst du dir die Original-Cartridges kaufen, die dann zur Verfügung stehen, wo dann immer so ein, zwei Spiele drauf sind oder eine Spiele-Sammlung. Und die haben gerade angekündigt, dass für das Evercade EXP, so das neue Ding von denen, da werden irgendwie 18 Capcom-Titel vorinstalliert sein. So von Street Fighter über Mega Man und so ist da alles mit bei. Ähm, und ich glaube, so ein Ding würde mich nochmal reizen, weil es einfach einen komplett anderen Markt bedient als das Steam Deck. Denn, so, ich glaube, die, die Fähigkeit, da eine Cartridge wieder in der Hand zu haben, wie früher beim, beim Super Nintendo, beim N64 und so, beim Game Boy und die quasi in dem, ins Gerät zu packen und zu benutzen, da würde man mich nochmal mit kriegen. Ich glaube, das ist nochmal weit genug weg von einem komplett digitalen Gerät, dass es eine Nische bedient, an der ich interessiert bin. Finde ich, finde ich also auch gerade diese Retro-Handhelds, die, wo du wirklich, das, wo das alles schon gleich läuft, finde ich super. Ähm, da, da bin ich auch noch für zu haben. Also, da würde ich auch noch sagen, gerade für so ältere Generationen, ein Retro-Handheld, wo ich wirklich ROM draufpacke und kann gleich loslegen, ist auch nochmal eine coole Geschichte, dass ich da finde, geht zwar bei Steam Deck auch relativ einfach, aber da hast du halt auch wieder einen anderen Formfaktor, der gerade für solche Spiele auch ausreicht. Das ist so ein Zweitgerät, was ich mir auch durchaus vorstellen könnte, definitiv. Ja. Nächste Frage? Ja, bitte? Achso, nee, sorry, du zuerst. Oder bist du jetzt mit der nächsten Frage dran? Nee, ich wollte es nur, wenn du noch was zum Thema hast, schieß los. Nö, ich wollte nur sagen, hier Johnny Sins, ähm, auch bei uns ja auch in unserem Forum aktiv, ähm, hat gefragt, wann kann ich denn damit rechnen, ob, oder wissen wir was, ich habe Ende Juni vorbestellt, mein Steam Deck, und ob es realistisch ist, dass ich mein Steam Deck im Oktober bekomme. Ja, also ich sag mal so, ich habe jetzt hier auch keine Glaskugel jetzt übertrieben gesagt, ähm, aber wir wissen ja alle, es bewegt sich da momentan viel bei Valve, was die Herstellung angeht, und da kann ich nur sagen, ähm, wir werden die Adresse, was hier mal unten reinpacken, oder einfach, ihr kennt sie auch, glaube ich, schon von Discord-Schörer, beste Quelle ist momentan Get My Deck. Ähm, mehr Infos würden wir auch nicht jetzt hier zur Verfügung stellen können, sag ich mal. Äh, von daher, ja, es ist, glaube ich, momentan halt auch viel immer abhängig, welche Version ist nachgefragt, 64, 256, 512, ähm, ich glaube, auch da ist teilweise unterschiedlich das Gefühl, manchmal, dass manchmal die 512er schneller lieferbar waren, und dann wieder die andere Variante. Es ist Glaskugelraten, ganz ehrlich. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, auf jeden Fall, lässt es uns ja im Forum, oder im Discord-Server auf jeden Fall wissen, wie es läuft. Na, wie gesagt, wir können es nicht sagen, kann ja auch mal sein, dass so ein Charger in Taiwan liegen bleibt, und dann, ja, na, tausend, tausend Möglichkeiten. Genau, die nächste Frage kommt von Daemon. Ähm, ich fände es interessant zu sehen, hören, welchen Weg ihr in Sachen Akkulaufzeit oder Leistung geht. Ich zum Beispiel spiele meistens auf 40 Hertz mit sehr geringen Einstellungen, dass nicht mehr der Lüfter zu hören ist. Vielleicht noch eure Erfahrung mit Offline-Gaming, habt ihr jetzt selbst einige Probleme gehabt, wegen der lästigen dritten Launcher, die nicht ohne Internet starten. Ähm, bei mir ist es mit der, also ich gehe ganz klar auch in die 40 Hertz-Schiene, das ist einfach, eine Offenbarung gewesen für das Ding. Ähm, und geht mir auch so, dass ich den Lüfter gerne komplett aus habe, wenn ich damit zocke. Äh, meistens versuche ich irgendwelche Einstellungen zu finden, die mit ungefähr 8 Watt laufen. Also ich regele meistens runter so, dass ich bei ungefähr 8 Watt lande, weil das so um die 3 Stunden, 3,5 Stunden Spielzeit bietet, je nach Spiel. Und bei stabilen 40 Hertz bin ich voll zufrieden. Also es gab bisher, seitdem der Patch draußen ist, glaube ich, kein Spiel, wo ich gezielt auf 60 FPS gegangen bin. Wenn ich mit 8 Watt 60 FPS kriege, nehme ich die. Ich glaube, es war bei Mass Effect 2 so, dass das relativ gut lief mit dem Ganzen. Aber wenn nicht, dann sind 40 Hertz voll okay für mich. Ja, also ich nehme, ich nehme meistens halt wirklich mal Videos auf, gerade für Check My Steam Library für meine Videoreihe. Da lasse ich gerne mal 60 Hertz, 60 Frames laufen, um mal zu zeigen, dann auch über das Overlay, was schluckt das Spiel so ein bisschen unter Volllast. Aber ansonsten bin ich auch wirklich 40 Hertz, 40 Frames unterwegs. Auch, da geht es mir teilweise, ich probiere natürlich auch mal aus mit den Grafikeinstellungen, aber ich sage mal so, Medium bei den meisten Spielen reicht mir auf dem Steam Deck Display. Auch jetzt in Spider-Man, da zum Beispiel in Spider-Man ist ein echt gutes Beispiel momentan, was die da schon für Steam Deck optimiert haben. Horizon Zero Dawn, ein anderer Playstation Port, der zieht über 20 Watt, wenn ich mich jetzt grob entsinne, also auf jeden Fall ordentlich, auch in den mittleren Einstellungen unterwegs, bei 40 Hertz, 40 Frames. Bei Spider-Man lege ich im Schnitt bei 14, 15 Watt und ich höre den Lüfter nicht. Also, das haben sie super optimiert für Steam Deck. Gut, man muss bedenken, Horizon Zero Dawn hat kein implementiertes FSR 2.0, das nutze ich natürlich bei Spider-Man, das reduziert natürlich auch nochmal ein bisschen, aber da sieht man halt, wenn die das richtig entwickeln, dann reichen 40 Frames, 40 Frames, auch um, na gut, das hat jetzt nichts mit der Optimierung zu tun, nachher die Bullshit, aber ihr wisst, was ich meine, jetzt habe ich mich gerade verhaspelt, auch egal. Mir geht es eher um die Akkulaufzeit im Großen und Ganzen, ja. Muss ich sagen, also, aber wobei auch, wo ich mal ein Spiel gespielt habe mit höheren Einstellungen, mehr als zwei Stunden am Stück spiele ich eh nicht, davon mal abgesehen. Jetzt, wo du gerade FSR 2.0 sagst, ähm, es ist jetzt ein Mod rausgekommen, wenn ich mich richtig äh, entsinne, mit dem du DLSS austauschen kannst mit FSR 2.0 für die meisten Spiele. Ich habe mich noch nicht genau damit auseinandergesetzt, wie gut das funktioniert und ob es bei allen Spielen geht, aber ist auf jeden Fall spannend, ähm, könnte auch für das Steam Deck so ein, zwei Auswirkungen haben, weil theoretisch könntest du damit Leistungen bei Spielen einsparen, wie zum Beispiel ich glaube, Cyberpunk hat keine FSR native 2.0 Unterstützung, ne? Oh no, bist du noch da? 2000 Jahre später Ey, keine Ahnung, der Router ist einfach ausgegangen und hat sich, hat sich neu verbunden. Ich glaube, das war nicht mal irgendwie die Schuld von Vodafone oder so. Das hast du, du hast keine Fritzbox oder so, ne? No, das ist eine Fritzbox. Vodafone, ja, da höre ich von, da höre ich von vielen Problemen, ja, ja. Ah, ist eine Fritzbox, ich habe extra das, ich habe einen, äh, Firmenvertrag mit, mit Upgrade extra für eine Fritzbox und so. Ah. Naja, wir kriegen ein paar Outtakes zusammen, so ist es nicht. Läuft auf jeden Fall immer in den, in den besten Momenten. Ja. Ähm, wir hatten ja gerade die Frage, ähm, DLSS austauschen. Ja, ja, genau. Genau, ähm, hatte ich mich auch schon mal beschäftigt, ähm, das ist ja auch schon ein bisschen, das ist schon, glaube ich, ein bisschen länger als vier, sechs Wochen schon geistert das ja rum. Habe ich zuerst bei Cyberpunk 2077 gesehen. Wollte ich dann noch auf dem Steam Deck ausprobieren? Nein. Ich habe aber über Proton Tricks es nicht hingekriegt, äh, eine Registry äh, Registry äh, File zu editieren, was ich hätte machen müssen. Und da habe ich es erst mal sein gelassen. Ähm, das geht auch, soweit ich weiß, für Red Dead Redemption unter anderem, das werde ich jetzt nochmal wieder in Anlauf nehmen. Ich will das nämlich auf jeden Fall mir auch nochmal anschauen. Also, aber das bleibt wirklich spannend, wenn man das ein bisschen, wenn da vielleicht nochmal ein paar findige Leute da einfach ein Tool programmieren würden, das per Mausklick machen kann, wäre es natürlich richtig geil. Mal gucken, was da noch kommt mit den Sachen. Ja, ansonsten dritte Launcher, äh, die nicht starten, das ist auch ein echt nerviges Thema. Das habe ich gerade immer bei den CD Projekt Wetttiteln zuletzt auch Gwent, äh, Woke made. Da lief es auch nicht mit den CD Projekt Launcher, den ich da noch, äh, mich verbinden musste und so. Aber das ist halt auch dieser ganzen Emulationsschicht, sag ich mal, geschuldet, glaube ich, dass da dann irgendwann die Verbindung nicht weiter geroutet wird. Ja. Aber ich finde, das ist so ein Ding, das müsste Steam meines Erachtens eh verbieten. Also, wenn ich sehe, den, 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 äh, Wokel hier nicht, äh, wie heißen sie von, von GT Ali-Macher? Rockstar. Rockstar. Ich wollte auch was mit Wokel sagen. Aber die haben ja auch ihren eigenen Launcher, dann kommt Ubisoft um die Ecke und, und, und. Und das sind so Sachen, die gehören einfach verboten, noch einen Launcher dazwischen zu klemmen. Ganz ehrlich. Selbst wenn es kein Launcher ist. Ich finde, äh, kennst du Denuvo? Das ist ja so eine Sicherheitssoftware, die sich da zwischendurch reinhaut und dann einfach CPU-Fristen, Online-Zwang voraussetzt und so. Auch eine Katastrophe. Das, ähm, das macht quasi, das macht das Spielen an dem Ding so viel unattraktiver, als es eigentlich sein könnte. Ja. Jo. Wollen wir zur letzten Frage? Ja. Wer war dran? Du oder ich? Ich, ich mach jetzt mal. Gleich noch die Frage. Welche Peripherie habt ihr genutzt? Zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer oder normale Kopfhörer? Wie war die Latenz? Also ich nutze eigentlich aus Bequemlichkeit nur noch Bluetooth-Kopfhörer. Schon aus beruflichen Gründen. Ähm, ich bin kein, also, ich würde am liebsten jetzt mal meine Kamera umschwenken, aber ich tue es jetzt nicht, weil gerade durch, äh, Videoaufnahmen hier, dann zwei dienstliche Laptops und, und, und. Also es ist ein Kabelchaos hier bei mir absolut immer auf dem Schreibtisch. Und dann bin ich froh, wenn ich mal ein Kabel weniger habe. Latenz spüre ich da nicht. Du hast natürlich immer eine Latenz bei Bluetooth, keine Frage, aber nichts Merkbares. Und das sage ich als jemand, der beruflich eigentlich, äh, nur Bluetooth macht. Also ich bin halt in meinem Bereich, äh, Bluetooth-Funktion-Owner, also von daher weiß ich, woran ich rede. Ähm, die Latenz stört mich da nicht, diese minimalen Millisekunden, von denen wir reden. Ähm. Da finde ich es eher nerviger, um das mal am Rande zu bringen, das merke ich immer bei Videoaufnahmen. Ähm, nur mal so als technischen Background hier, ähm, wenn ich Aufnahmen über OBS mache, also Steam Deck über Capture Card angebunden, da nervt es mich bei Spielen, da eher die Aufnahmelatenz, eher. Gerade bei schnellen Spielen habe ich dann, weil ich spiele dann ja quasi über dem Monitor vom PC, auf dem das Spiel in OBS ja gespiegelt wird. Ja. Und da habe ich aufgrund meiner Capture Card, das liegt, glaube ich, an meiner Capture Card, ähm, da habe ich halt immer eine gewisse Latenz, das merke ich dann immer, also gerade Rennspiele, äh, ich habe jetzt mal so eine Art Wipeout-Verschnitt gespielt, aufgenommen, ähm, Flashout, Flashout 3D heißt das Spiel, kommt heute raus. Habe ich jetzt, äh, Video dürfte morgen oder übermorgen online gehen. Ähm, da habe ich, also Ruhe, Eingabelatenz, ich bin halt ständig nur gegen Wände gekraut. Da ist die Eingabelatenz wesentlich schlimmer. Und manchmal Latenz, habe ich manchmal, wenn ich halt nicht vernünftig die Kombination gemacht habe, zwischen 40 Hertz, 40 Frames und den spielinternen V-Sync. Dann merke ich es auch manchmal, aber auch das nur bei sehr schnellen, actionreichen Spielen. Was? Ansonsten an Peripherie. Ganz kurz dazwischen, was nutzt du für eine Capture-Card? Um ehrlich zu sein, äh, so ein 30 Euro Billig-Ding mal vor zwei Jahren bei Amazon gekauft. Ah, okay. Da war es eher nur für so kleinere Sachen gedacht, mal auf mein, für meinen anderen YouTube-Kanal. So, ich muss da aber auch nochmal aufrüsten. Ähm, kommt Zeit, kommt Geld, kommt Not, kommt, äh, Black Friday, kommt Cyber Week, alles, was es da gibt, da muss ich dann halt mal zuschlagen. Es steht auf jeden Fall fest auf meiner Agenda. Mhm. Ansonsten Peripherie nutze ich eigentlich nur, äh, momentan sehr gerne wirklich eine Dockingstation von Benniscap. Sonst halt immer nur so einen einfachen USB-C-Dongle. Also USB-C-Dongle, ich hab den doch irgendwo noch rumfliegen hier. Äh, das ist in meiner Ordnung. Ja, hier ist er doch. Äh. Habe ich ja in meinem Video eigentlich auch gezeigt. So einen ganz einfachen Dongle hier. Hat immer getan, aber ich finde es mit der Dockingstation doch wesentlich bequemer. und Bluetooth-Tastatur und Bluetooth-Maus. Ja. Ja, genau. Ja? Nee, geht ruhig zu Ende. Ja, ich hab da mir halt mal auch so ein, also ich sag mal so, Tastaturen bei mir leben nicht lange, deswegen ist das auch ein günstigeres Modell, weil ich beruflich halt die meisten Mails immer mit den Mittelfingern nur tippe und dann, äh, provokativ auf die Enter-Taste haue. Deswegen bin ich immer ein Fan von günstigen Tastaturen, weil die nach einem halben Jahr dann, äh, weggeschmissen werden können. Aber ich hab mir da mal eine schöne Tastatur jetzt geholt, ähm, die kann ich einerseits über einen USB-Dongle koppeln und hab noch zusätzlich die Möglichkeit über Knopfdruck zwei zusätzliche Bluetooth-Geräte, also Computer anzubinden. Das heißt, ich kann parallel drei Computer gleichzeitig ansteuern. und das ist in Verbindung mit Privat-Steamdeck und Home-Rechner eine super Geschichte, dass ich nicht da auch noch immer wieder hin und her koppeln und stöpseln muss. Und das nehme ich auch nächstes Mal mit in den Urlaub, um irgendwelche WLAN-Geschichten in Hotel einzurichten, auf jeden Fall eine klappbare Bluetooth-Tastatur, so wie du sie hast. Die kann ich echt nur empfehlen. Die hat mir, die, äh, hat sich auf jeden Fall schon bezahlt gemacht dafür. Äh, jetzt im Nachhinein würde ich, glaube ich, eine nehmen, die ein integriertes Touchpad hat. Einfach aus Bequemlichkeitsgründen, damit ich die Maus nicht immer noch mal, äh, anschließen muss, wenn ich das Steam-Deck dann nicht direkt dabei liegen hab. Ähm. Hast du denn ganz kurz, hast du schon mal so eine klappbare mit integriertem Touchpad gesehen irgendwo? Äh, ja, ich hatte die Wahl zwischen zwei, drei. Also ich glaube, Amazon hat da eine recht große Auswahl. Ja, aber so eine klappbare werde ich mir definitiv auch noch holen. Die ist mit ja keinem Platz weg. Nee. Es gab sogar richtig die Schöne mit, die auch nicht viel teurer waren, mit Aluminium-Gehäuse und so. Also es ist, ich glaube, der Markt da ist nicht, nicht zu klein. Ähm. Ich habe einmal so, äh, Ohrstecker, so von Jabra. Ich glaube, das sind Elite 75 irgendwas. Ähm. Die habe ich mit dem Steam Deck schon ein paar Mal benutzt. Äh, funktionieren gut. Die haben, äh, eine leichte Latenz. Also ich, ich, es hängt ja zum Teil an den, an den Dingern selber und zum Teil halt auch daran, dass Bluetooth halt, also, eine ganz kleine Latenz hast du immer drin, finde ich. Und, äh, meistens fällt sie mir nicht auf, aber wenn ich jetzt irgendwas spiele, wie zum Beispiel ein Mario-Spiel oder sowas, wo quasi jeder Sprung mit einem Geräusch verknüpft ist, dann ist es schon so, dass ich das, oder, wenn ich es erst ohne Kopfhörer spiele und dann mit Kopfhörern spiele, dann merke ich, dass es ein bisschen verschoben ist, aber es ist nicht so, dass ich, dass es so sehr verschoben ist, dass es stört. Also es ist wirklich eine minimale, eine minimale Kiste und nach fünf Minuten fällt es mir gar nicht mehr auf. Ähm. Das ist dann aber ein Spiel, was du über Emulator spielst, ne, zum Beispiel jetzt. Äh, ja, ich hatte es auch beim, äh, Mario 64 Port, dann ist es ja kein, also der ist dann ja nativ. Ähm, oder bei Shovel Knight, das habe ich auch ein bisschen gezockt, das war dann auch der native PC Port. Ich habe noch eine Frage zum Bluetooth. Mhm. Ähm, wie verhält es sich bei dir? Also, was mir ein bisschen am Steam Deck echt nervt ist, ähm, da bist du gerade, da hast du gerade dein Headset auf, zockst eine Runde, so, dann musst du kurz pausieren, absetzen, machst dein Steam Deck in Standby. Dann machst du es wieder an. Koppeln wir dir die Bluetooth-Kopfhörer sofort wieder? Äh, das ist jetzt tatsächlich eine Weile her, dass ich die das letzte Mal dran habe. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Die Tastatur, das ist nämlich das Problem, ich muss immer wieder ins Einstellungsmenü rein und das habe ich jetzt schon mit zwei Kopfhörermodellen gehabt. Einen günstigen Bluetooth-Headset und einen 300 Euro teuren Sony-Headset. Ich muss immer wieder in die Einstellung rein und manuell koppeln. Wenn ich meinen Xbox-Controller, den schalte ich an, er hat ihn da ein paar Sekunden gefunden, aber Kopfhörer, das spackt da rum. Da würde mich auch nochmal die Erfahrung der User interessieren. Ob das an meinen Headsets liegt oder an mir, keine Ahnung, ich glaube aber eher wäre nicht. Aber, ich glaube da ist Steam Deck, was dann das Repairing angeht, einfach scheiße. Ja, äh, ich bin da über ein Add-on gestolpert, bei Decky, dem Plugin-Manager, ähm, was quasi über diese rechte Leiste dir das Repairing ermöglicht. Da gibt es einen extra Bluetooth-Manager für neue Geräte und Repairing. Äh, habe ich selber noch nicht ausprobiert, weil ich ihn bis dahin noch nicht gebraucht habe, aber zumindest aufgefallen, dass es ihn gibt, ist es, ist vielleicht mal ein Blick wert. Ich guck gerade, du kannst aber sonst immer eine schnelle Einstellung und meine Bluetooth ein- und ausschalten, ja. Genau. Ja, das ist nochmal eine schöne Idee. Aber ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, da ist auch Welf langfristig noch dran. Mal mir keinen Kopf. Das, was bei mir tatsächlich somit als wichtigstes Ding sich herausgestellt hat, ist ein USB-C-Verlängerungskabel, ähm, was sowohl, wenn ich das Ding am Strom habe und einfach zocken will, äh, für, für Strom geil ist, als auch, wenn ich hier am Rechner sitze und hier irgendwie so ein Dongle quasi an der Capture-Card habe, dann ist das, kommt quasi, habe ich das Kabel zwischen dem Dongle und dem Steam Deck und kann es einfach entspannt in der Hand halten. Und das ist so viel angenehmer, als, ähm, ja, dann da komplett an dem Dongle zu hängen oder, äh, sich einen externen Controller damit dran zu packen. Ja, das war so, war, glaube ich, das mit der Tastatur das best investierte Geld, was ich beim Steam Deck an Zubehör bislang reingesteckt habe. Ah, die, die Folie, die, die, die entspiegelte Folie, wie man so ein bisschen sieht, man sieht jetzt gerade nicht das komplette, das sieht man gut. Ja, ne, also ist, das, das Licht ja, aber nicht, was, wie der Raum aussieht, was normalerweise ja der Fall sein würde. Ja, entspiegelte Folie liegt jetzt original verpackt bei mir, lag heute im Briefkasten, werde ich jetzt auch mal eine entspiegelte Folie auf das entspiegelte 500-Server-Display kleben. Nein, weil ich, da wollten Leute nochmal einen Vergleich haben, wobei ich langfristig glaube, ich wirklich tendiere, die Folie auch wegzulassen, weil A, ich habe es noch nie ohne Folie benutzt, es war wirklich, es ist bei jedem meiner Geräte der erste Handgriff, Folie drauf. Ja. Und, aber das Steam Deck nutze ich halt ja nicht wie ein Handy, Handy hast du in der Hosentasche, zusammen mal mit dem Schlüssel und so, das machst du ja beim Steam Deck nicht. Und gerade bei der 512er ist das ja eh nochmal geätztes Glas, das ist nochmal ein bisschen robuster, ich glaube, da werde ich die Folie langfristig auch wettlassen, weil das Gerät landet immer, es bleibt entweder in seiner Dockingstation stehen oder es landet in der Tasche, also wirklich im Hardcase, es fliegt nirgendwo rum wie andere Geräte. Ja. Ich weiß nicht, zum Beispiel beim Laptop macht man ja in der Regel auch keine Folie drauf, höchstens mal so eine Folie als Sichtschutz. Leon, ach, ihr bringt mir Kuchen. Ja, okay, das ist heute. Danke, Mäuse, danke. Mach ein Papa. Nee, der hat keine Kinder, der hat Glück gehabt. Hallo. Hallo. Der hat den, auch der, 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 der. Hi. Sag mal Hallo und dann, Hallo. Hallo. Hey. So nicht, Leon. Sei lieb. Hallo. Sag Entschuldigung. Hallo. So, jetzt lieb sein, sonst gibt es gleich kein Mario Kart. Tür zu. Tür zu. Ha, 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 ha. Vielleicht ist die Folie doch keine schlechte Idee. Was wird der Outtake schlechten, ey? Es ist doch nicht mehr normal heute. Also, nächste Sendung mache ich nur, oh, jetzt ist die Tür wieder aufgegangen. Es ist doch nicht mehr. Ja, läuft bei dir. Ey, immerhin hast du Kuchen. Was? Immerhin hast du Kuchen. Ja, den kann ich aber auch gleich erst essen. Jetzt werde ich dir ja auch keinen vorschmatzen und den Zuschauern am Ende auch nicht. So. Hast den Faden verloren? Ja, ich wollte nur sagen, Powerbank ist auch eine gute Geschichte, gerade wenn man unterwegs ist wie im Urlaub. Kann ich nur empfehlen, eine 65-Watt-Powerbank immer mit dabei zu haben. Ja. Obwohl ich sie nicht, also ich, gut, es kommt auch an, wie man zockt, aber ich habe, ich war da schon dankbar, dann gerade im Flieger oder so, damit ich nicht, wenn ich abends wieder zocken will, das Ding halb leer habe. Weil im Hotelzimmer, während du rausgehst, habe ich sie nie zum Laden liegen gelassen, weil dann kommen die Reinigungskräfte dazwischen und und und. Deswegen immer gleich ein Safe-Wack. Genau, das zur Peripherie, die wir benutzen. Ich glaube, jetzt haben wir die Fragen so weit durch nach einem langen, hartensteinigen Weg heute. Ich glaube, das war die letzte, ja. Dann kommen wir so langsam zum Ende. Was steht denn bei dir noch gerade an? Also ich habe gehört, du hast morgen ein Indie-Spiel, das du, beziehungsweise zum Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt, hattest du ein Indie-Spiel, was du dir näher anguckst? Also ich habe jetzt drei Spiele noch, wo ich, die ich zur Verfügung gestellt bekomme, aber einerseits Tinykin. ist ein echt lustig gemachter Pigment-Klon, sag ich mal. Du bist so ein geschrumpften Menschen, der durchs Haus läuft und dann quasi halt, ja, ist wie Kinder, ich habe meinen Liebling, ich habe meine Kinder-geschrumpft-Atmosphäre. Nice. Und das macht schon echt Laune. Ich habe hier 20 Minuten, eine halbe Stunde reingespielt, könnt ihr in einem Video sehen. Dann wird es noch so eine Art Woke-Like-Bowler-Shooter-Shenso-Club. Auch so 8-Bit-mäßig. Noch nicht reingeguckt. Werde ich jetzt nochmal anspielen. Dann Flash-Out 3D. Ja, das ist ein kostenloses Spiel auf Steam. Habe ich aber einen Tag früher gekriegt. Ist ein Remake von so einem alten Wipeout-Clone. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist ein kleines Rennspiel, was nicht viel Akku frisst. Das lief, glaube ich, auf gefühlt 6 Watt oder so. Ja. Also kann man da mal schön spielen. Ja, und was dann jetzt noch in nächster Zeit definitiv ansteht, ist einerseits, da quäle ich mich jetzt ehrlich gesagt schon seit Wochen mit, ist halt, die Videoaufnahmen stehen, aber ich bin noch nicht, ich hatte noch keine Muße gefunden, mich bei dem Thema rumzuschneiden und zu vertonen, ist halt, Windows über SD-Karte nutzen. Ja, es war mir dann, ich habe erst nachdem, das ist kurze Anekdote, warum ich das seit Wochen hergeschoben habe, weil ich habe das während der Installation von Windows auf dem Steam Deck, habe ich immer wieder frei Hand mit dem Handy gefilmt, dazu zu sagen, warum hast du Trottel nicht einfach dein Stativ oder deinen Kameraarm drauf gerichtet. Ah, okay. Manchmal ist man noch nicht so mega Profi-YouTuber und das wird dann halt von den Schneiden her auch nochmal eine Herausforderung, die ganzen Sachen zu stabilisieren, aber das habe ich jetzt auch einen User versprochen und da halte ich mich dran, das kommt Ende nächster Woche. Und dann so peu a peu jetzt mal den Einsteiger-Guide, der soll wirklich, es ist nur die Ambition, ich verspreche hier nichts hoch und heiliges, aber es soll wirklich möglichst allumfänglich werden und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde das auch aufteilen in so schöne kleine Fünf-Minuten-Schnipsel, zum Beispiel Einrichtung, Systemeinstellung, also jetzt mal so als Gedanke, wie es mir bisher gab, weil dann kann ich immer noch sagen, User, was habe ich vergessen? Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir in den Discord-Server und weil dann ist das Ziel dann zum Beispiel irgendwie ein oder zwei große Videos zu machen, schön mit Kapiteln unterteilt und die Sachen, die ich vergessen habe oder wo noch Anmerkungen sind, die kann ich ja nachträglich noch mit einarbeiten. Also es soll wirklich dann langfristig ein schönes Videonachschlagewerk werden zur Einrichtung, über andere Launcher, über Desktop-Apps und, und, und. Ist natürlich auch ein Projekt, was natürlich immer ein bisschen wächst, weil es kommen ja immer wieder neue Features oder Apps und Programme hinzu, aber auf jeden Fall will ich erst mal das wirklich für Einsteiger abgefrühstückt haben, weil es werden ja halt immer mehr Steam Deck-Benutzer momentan. Ja, das stimmt. Das merke ich ja halt bei meinen Aufrufzahlen. Deine Aufrufzahlen gehen ja auch gut hoch, deinen Kanal. Ich stehe jetzt ja auch bald knapp vor den 1000. Ja, da bin ich noch nicht. Ja, kommst du aber noch hin. Also ich bin ja auch sowas von dankbar, dass ich überhaupt so ein Wachstum hatte. Also alles gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich ja jetzt AP, wo mich Montana Deck nenne oder so. Also von daher alles gut. Ja. Und bei dir steht jetzt, was steht noch an? Also ich habe, wenn das Video raus ist, ist es glaube ich gerade mein Baldur's Gate 2 Video am Markt. Das dürfte dann am Start sein. Dann habe ich das, mein Malenia-Projekt von Elden Ring so mal gucken, wann die fällt. Also das könnte eine kurze Reihe werden zumindest. Ich muss mich bei Ocarina of Time weiter vorarbeiten, jetzt wo der Waldtempel geschafft ist. Und fräse mich weiter durch die Top 10 PC-Spiele aller Zeiten laut Metacritic. Aber habe gerade noch nicht den Punkt gefunden, um bei Bioshock wieder einzusteigen. Und hier was hatte ich noch? Ach, Minecraft. Ich wollte mir Minecraft auf dem Steam Deck angucken. Da gibt es nämlich auch einen nativen Linux-Port, den man ziemlich gut installieren kann. Das heißt, nicht nur über Stream, sondern sicherlich auch interessant für eine jüngere Nutzergruppe, auch wenn das glaube ich gar nicht so der Markt ist, den wir mit unseren Kanälen bisher so erreichen. Glaube ich auch nicht, ne. Den das Steam Deck wahrscheinlich auch, das ist glaube ich auch nicht der erste Punkt, den das, oder nicht der Markt, den das Steam Deck so richtig anspricht. Trotzdem, also, hm? Ja, trotzdem wollte ich da mal reingeguckt haben, zumindest. Ich habe es vor ein paar Jahren das letzte Mal gespielt und da mit Freunden und seiner Familie zusammen und das ist allein aus dem Aspekt schon ein cooles Spiel, weil es so viele Generationen ansprechen kann. Ja, mal sehen, ob es gut funktioniert. Ja, deine Videoreihe mit den 10 besten Spielen finde ich wirklich klasse, auch immer mal wieder, wie du neue Akzente mit dem Intro und so setzt. Finde ich super, diese Kreativität. Danke. Da ist bei mir schon ein bisschen mehr der jahrelange YouTube-Alltag eingekehrt, also, der muss dann auch mal wieder ein bisschen kreativer sein. Ja, und denk dran, wenn du dich an den Elden Wing-Boss da ranmachst, maximale Aufnahmelänge ist, glaube ich, bei YouTube 10 Stunden, also du musst es innerhalb von 10 Stunden geknackt haben. 10 Stunden am Stück, aber das schaffe ich auch nicht. Wäre ja lustig. So, nach Motto, drei Stunden später. Ja, ganz genau. Hast du zufälligerweise Sekiro gespielt? Nee, nee. Das ist momentan, glaube ich, noch mein längster Endboss-Fight, den ich bisher gemacht habe. Es schien The Sword Saint, heißt Isa, glaube ich. Und ich, das ist, glaube ich, nicht unrealistisch zu sagen, dass ich da 10 Stunden ran saß. Ähm, ich hab halt dann die Ambitionen, guck mir keine Let's Plays an oder guck mir keine Taktiken an, wie man den farmen kann, sondern dann packt mich der Ehrgeiz. Und ich bin kein guter Souls-Spieler. Ich bin halt wirklich nicht besonders gut in diesen Spielen, aber dann, ja, dann dauert es halt einen Monat oder zwei oder so und ich setze mich da immer mal wieder eine Stunde ran und hab dann, solange du das Gefühl hast oder solange ich das Gefühl habe, ich wachse mit dem Spiel oder ich komme ein Stückchen weiter, ähm, dann lasse ich da auch nicht locker. Also ich bin mal gespannt, wie lange Malenia dauert. Ich hoffe nicht so lange. Ich glaube, äh, ich hoffe nicht so lange. Wenn man so einen Endboss geschlagen hat, das Erfolgsgefühl, das gibt dir kaum ein Spiel sonst. Ganz genau. Es gibt fast nichts, was das macht. Das letzte Mal, wo ich so richtig lange, stundenlang an einem Boss hing, das war irgendwo bei Cuphead. Oh, ja. Äh, was ich dann aufgesprungen bin, so, ich bin der König der Welt. Das war so geil. Ja. Das hast du sonst bei keinem Spiel. Also sonst spielst du ein Spiel durch und sagst, jo, war nett. Aber bei sowas hat man noch richtig, richtig Erfolg. Das macht Spaß. Ja. Kennst du, ähm, zufälligerweise Kaizo-Mario-Mods? Ja, oh. Das ist was, was ich gerne so neben der Arbeit mal bei Twitch laufen lasse. Ähm, und das ist, also, wenn ich besser wäre, würde ich es mir auch mal, würde ich es auch mal probieren. Aber das ist halt auch so eine schöne Sache zu sehen, wie sich Leute freuen, wenn sie ein Mario-Level, was quasi unknackbar war, endlich geschafft haben. Ähm, Ich hab immer das Problem, ich bin inzwischen so ein leichter Button-Legastheniker geworden. Ähm, gerade weil ich halt immer wieder zwischen Steam Deck oder Xbox-Controller und Nintendo Switch hin und her zocke. Und den Kindern? Und A und B-Button, die machen mich wahnsinnig. Ah, ja, ja. Ja. Ich weiß, ich kann es umstellen bei der Switch. Ich mach es dann aber nicht, weil ich sonst die Kinder verwirre, wegen der Beschriftung. Ja. Wir gucken halt noch auf die Beschriftung. Aber das macht mich wahnsinnig. Und deswegen hab ich immer wieder Probleme bei heutigen Spielen, gerade wenn du so ein Spiel hast, das mit Button-Kombinationen überfrachtet ist. Spider-Man ist das beste Beispiel. Ich weiß jetzt schon, wenn ich Spider-Man wieder nach einer Woche spiele, bis ich da wieder reingefunden hab, welcher Button, wo, wie, was und welcher Kombination auslöst. Ja, man wird halt zu alt für den Scheiß, auf gut Deutsch. Ja, das spielt tatsächlich ein bisschen mit. So die Muskelreflexe, die Reflexe werden langsamer und bis man dieses Muscle-Memory aufgebaut hat, dauert länger für die meisten Spiele irgendwie gefühlt. Ist bei mir zumindest so. Ja, oder halt nach einem Tag Arbeit an der Tastatur merkst du dann abends auch, wenn du ein bisschen mehr die Hände nachlass und verkrampfen. Ist jedenfalls bei mir so. Ja. Und wo es dann nach zwei Stunden echt so irgendwelche Boss-Fights ist dann auch Schluss, ey. Ich spiele gerade Fortnite gegen wahrscheinlich einen Haufen 15-Jähriger. Ähm, die haben einfach einen derartigen Vorteil, was diese Sachen angeht. Ja. Ja, da schließe ich jetzt nochmal kurz mit einer Anekdote ab. Die habe ich schon auf dem Discord erwähnt, aber das war göttlich. Letztes Wochenende hatten wir Besuch von auch achtjährigen Kindern. Dann saßen sie Super Mario Kart gespielt bei uns und dann sagt er eine Acht, also das ist neun gewesen sein. Dann irgendwie hatte meine Tochter ein super Item gekriegt und dann sagte er nur, boah, das ist ja voll OP. Das habe ich in meiner Gamer-Karriere noch nie gesehen. Da habe ich mir nur fast gedacht, Junge, Gamer-Karriere, ich habe schon Gameboy gespielt, da war glaube ich dein Vater noch nicht mal in Planung. Also das ist ja mit diesen Kids heutzutage schon cool. Auf jeden Fall. Ist auch. Also wenn ich überlege, wann ich das erste Mal im 3D-Raum agiert habe und wenn ich mir angucke, wie früh Kinder das heute schon können. Ich meine, war bei uns glaube ich einfach der Tatsache geschuldet, dass es keine 3D-Spiele gab, sondern dass die erst mit der Zeit kamen. Aber wenn du heute siehst, dass ein Dreijähriger quasi mit dem rechten Analogstick in der Lage ist, eine Kamera vernünftig zu steuern und sich im Raum zu bewegen, die sind einfach alle deutlich früher und deutlich früher deutlich besser mit dem Kram als zumindest ich früher. Ja, bevor ich jetzt lange abschweife, aber unsere Generation jetzt gerade, die hat den Vorteil, wir haben eine gewisse Medienkompetenz, weil wir schon früh angefangen haben mit dem Kram, die hatten unsere Eltern halt nicht. Die konnten mit Videospielen gar nichts anfangen. Gut, es gibt jetzt auch Leute in unserem Alter, die können nichts mit Videospielen anfangen, aber der überwiegende Teil hat eine gewisse Medienkompetenz, die er seinen Kindern weitergeben kann. Das ist eine ganz neue Generation. Also zum Beispiel, wenn wir ins Altersheim gehen, wir fragen erstmal, okay, habt ihr 5 Gigahertz WLAN? Bingo-Abende, scheiß drauf, spielen wir Fortnite, wann und wie oft? So wird es laufen, das wird noch richtig lustig. Das wären einfach unendliche LAN-Abende. Ja. Age of Empires 2 wird wieder ausgepackt oder irgendwelche anderen Kisten. Ja, und damit wollen wir glaube ich mal langsam abschließen. Können wir gerne machen. Also Leute. Ja, wo findet man dich? Erzähl mal kurz. Was? Wo findet man dich online? Wo man dich online findet? Ja, auf YouTube. Oder was meinst du? Ja, genau das meine ich. Ja, besucht mich auf Steam Deck Checker und hier Michael auf Xylappen. Ansonsten schaut auf unseren Discord vorbei. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen Gruß richten an alle meine Enthusiasten von Patreon, die mich tatkräftig unterstützen. Schaut auch da mal ruhig vorbei. Das Geld wird dann zum Beispiel in bessere Internetleitungen oder Kameras, keine Ahnung, irgendwann mal investiert. Ja, es bleibt weiter spannend. War auf jeden Fall heute mal wieder ein schönes Ereignis, war viel mit viel Pleiten, Pech und Pann, aber glaubt mir, liebe Zuschauer, oder auch Michael, das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas in einem Stream hatte. Also von daher. Kein Stress, ihr habt es hingekriegt. Ja, ach, du, das läuft. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, macht's gut, habt einen schönen Tag, wann immer ihr das Video hier guckt und guckt mal wieder rein, würde uns freuen. Wir sehen uns wahrscheinlich in diesem Format in ein paar Wochen wieder. Beide bis vier Wochen, denke ich. Genau. Also, haut rein, bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen oder Feedback haben, dann schreibt gerne in die Kommentare, lasst auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Mein besonderer Dank geht an meine Patreon-Unterstützer, die mich tatkräftig unterstützt haben, dieses Video möglich zu machen. Schaut auch gerne mal auf Patreon vorbei oder auf unseren Discord-Server. Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Tschau.